Hallo liebe App-Gefahrnutzer, wir befinden uns hier gerade im neuen Pin-War. Das ist ein neues Spiel von Bikipix und die Universal App kostet 1,79 Euro. Ist eine Art Flipper, eher so ein Arcade-Flipper und wir wollen einfach mal schauen, was man hier machen kann. Wir haben einmal ein Quick-Battle, das Battle und Missions und wir starten einfach mal hier in einem schnellen Spiel und können halt aussuchen, ob wir alleine gegen den Computer spielen möchten oder zu zweit an einem Gerät. Das macht vor allem auf dem iPad Sinn, auf dem iPhone ist es etwas klein geraten, aber da funktioniert es auch. Fürs iPad ist es halt eindeutig besser gemacht. Wir spielen jetzt hier mal alleine und sehen halt schon den Flipper-Tisch. Wir spielen unten, der Kollege oben und wir haben hier Leben an der Seite und müssen jetzt schauen, dass wir halt möglichst gewinnen. Und dazu kommen jetzt diese Art Bälle, die es ja schon fast keine Bälle mehr sind, eher so Sternschnuppen mit einem Schweif oder sowas ähnliches. Da haben wir die erst schon verloren und es gibt halt so ein paar Hindernisse im Level. Wie ihr seht, schießen wir hier gegen so ein paar Schranken, die auch manchmal nützlich dafür sind, dass der Ball beschleunigt wird. Und jetzt haben wir da auch mal einen Ball durchbekommen. Zusätzlich gibt es natürlich auch Power-Ups. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Ball im Spiel nochmal zu verdoppeln. Und jetzt mal wieder hier rüberschießen. Boah, da hat er aber wieder genau getroffen. Also es sieht jetzt nicht ganz so gut aus für uns. Ah doch, jeder zwei. Jetzt nicht mehr. Eieiei. Und ich habe blöderweise jetzt verloren. Dafür gibt es ein paar Punkte, also Erfahrungspunkte. Ja, diese Blitze gibt es wohl nicht für einen... Doch, einen Blitz haben wir bekommen. Wow, Respekt. Wir schauen einfach mal ins Battle rein. Hier sehen wir nämlich einfach mal die Auswahl der Tische. Die ist nämlich schon enorm. Also man kann den mal durchscrollen. Ich war gerade am Ende. Wenn ich wieder zum Anfang scrolle, gibt es hier... Hier ist der klassische Tisch. Wie ihr seht, ganz normal einfach nur jeder gegenüber ohne irgendwelchen vielen Schnickschnack. Den haben wir gerade gespielt. Und ich habe hier schon mal ein paar freigeschaltet. Wie ihr seht, müssen wir hier die Tische mit den Blitzen freischalten. Die sammelt man im Spiel eigentlich ganz gut. Wie ihr seht, wenn wir hier gewinnen würden, gäbe es jetzt 12. Wenn wir das hier mal erhöhen, dann sehen wir, es gibt 24. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und hier kann man dann halt auch entscheiden, ob man jetzt gegen den Computer oder aber auch gegen einen Freund spielen möchte. Und hier kann man auch sagen, okay, ich möchte vier Bälle, einen Ball und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in den Tisch nochmal rein. Ups, da habe ich schon drauf gedrückt. Und schauen einfach mal, wie der aufgebaut ist. Dann seht ihr nämlich zum Beispiel, wir haben rechts und links jeweils ein Battle nochmal zusätzlich. Indem wir hier versuchen, mal den Gegner zu plätten. Und wie ihr seht, ist jetzt der Ball links. Und wenn jetzt wahrscheinlich mehrere Bälle ins Spiel kommen, dann wird es natürlich kompliziert, da man rechts und links drauf achten muss. Und ich bin hier gerade schon ordentlich am Losen. Ach Mist, das war natürlich wieder die falsche Seite. So, jetzt links. Und hier auf der Seite auch noch. Jetzt sind beide auf der anderen. Und wie ihr seht, können wir hier in der Mitte die Schranken durchbrechen. Ach Mist, da ist er wieder weg. Um dann auch später, wie ihr seht, rechts und links einfach die Bälle rüber zu spielen. Und das erfordert schon ein bisschen Multitasking, wie ihr seht. Wir haben jetzt sogar gewonnen. Und dafür gibt es schon ordentlich Blitze hier. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Grob geschätzt 30. Und wenn wir rausgehen, könnten wir damit zum Beispiel einen neuen Tisch freischalten. Wir haben jetzt 94. Wir hatten gerade, glaube ich, 58. Irgendwas um die 30. Und ihr seht, kann man hier noch weiter scrollen und sieht auch, was noch dazu kommt. Es gibt halt noch ein paar extra Flipper hier. Die sind zum Beispiel an der Seite. Die Steuerung ist halt super einfach. Es gibt diese drei Layouts. Einmal in blau, grün und orange. Und ihr könnt euch einfach mal hier die Tische anschauen. Die kosten natürlich jetzt zum Beispiel 300. Das ist schon ordentlich. Man kann aber ohne In-App-Käufe auskommen. Es gibt natürlich welche für die Blitze. Man kann sich hier auch eigene Tische basteln in dem Editor. Und sagt, wir machen jetzt mal auf dem grünen Untergrund. Und kann dann hier durchkommen, was man hier halt alles hat. Und kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt da so ein Dreieck platzieren. Hier hätte ich gerne einen Kreis. Und an der oberen Seite irgend so ein, ja, so ein Abpraller. Und man kann natürlich dann auch hier seine Flipper-Module irgendwo platzieren. Einen da, einen da. Natürlich dann andersrum. Wahrscheinlich den hier. Wir haben das ganz nett gemacht. Man kann die Tische speichern. Und man kann auch, wenn es genügend Tische gibt, auch Tische von anderen generierten User spielen. Aber hier ist halt einfach noch nicht viel. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir noch einmal ganz kurz zurück. Und zwar in die Missionen rein. Denn hier kann man auch ordentlich Blitze sammeln. Hier gibt es halt ein paar Missionen zu erfüllen. Entweder alleine oder zu zweit. Da ich jetzt hier alleine bin, sage ich einfach mal Beat AI. Und ja, jetzt gibt es hier einfach eine einfache Mission. Wir müssen gegen den... Wow, wow, wow. Gegen den Gegner hier gewinnen. Und irgendwie ist die Steuerung hier genau andersrum. Dass wir mit dem rechten Klick den linken Flipper steuern. Und wir schauen auch einfach mal, ob wir hier irgendwas hinkriegen. Beziehungsweise gegen den Kollegen gewinnen. Und danach haben wir euch eigentlich auch genug von dem neuen Pin-Wall gezeigt. Und würden euch mit der 1,79 Euro teuren Universal App alleine lassen. Es gibt einen iCloud-Sync. Und es ist nur Universal App für 1,79 Euro. In-App-Käufe müssen nicht getätigt werden. Man sammelt so eigentlich genügend Blitze. Dafür muss man aber etwas länger spielen, um dann weitere Sachen freizuschalten. Ich finde es super gemacht. Die Grafik gefällt mir ein bisschen futuristisch alles. Und die Steuerung super einfach. Einfach rechts, links immer klicken. Und dann bewegt man seine Flippers. Und zu zweit auf jeden Fall auch empfehlenswert. Auf einer Party oder falls mal Langeweile im Haus ist, einfach mal Pin-Wall starten. Und hier so eine kleine Arcade-Battle starten. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und von daher gibt es von uns hier auf jeden Fall eine Empfehlung.